Hallo und Herzlich Willkommen bei der D-Schule. Wir sind Bären, Stier stark! Aus der Sommerpause zurück. Wusstet ihr, dass Bern Bären hat? Schaffhausen hat Wider, Graubünder hat Steinböcke, Genf hat Ader. In Uri gibt es einen Stier. Und im Thurgau gibt es sogar Löwen. Das ist aber gar nichts. Bei uns im Zug sind die Stiere los. Und übrigens, diese zwei Schönheiten hat Andi Ineichen bemalt. Es gibt goldene Stiere, es gibt schwarze Stiere, Es gibt auch mit Gras bewachsene Stiere. Und keine Kuss-Mund-Stiere. Und es gibt auch ländliche Stiere. Es gibt sogar einen Sternenstier. Es gibt auch ganz kleine Babystiere. Es gibt sogar Stiere von einem anderen Stern. Es gibt einen grünen Stier, einen gelben Stier, silberne Stiere. Es gibt auch ganz bunte Stiere. Und feurige Stiere. Und einen kleinen Komikstier. Es gibt auch einen Hippiestier, Flower Power Ole. Und einen verspielten kleinen Stier. Es gibt sogar Geld-Stiere. Dieser Stier ist nicht böse. Der hat Biss. Es gibt kleine wilde Stiere. Es gibt auch sportliche Stiere. Es gibt auch Stiere aus der Stadt Zug. Es gibt sogar einen ganzen Stierkindergarten. Wieso? Wisst ihr eigentlich, weshalb die ganzen Stiere in Zug sind? 50 Jahre EVZ. Es gibt auch Stiere mit Fell. Der bewegt sich ja. Dieser Stier und die Stiere. Die sind nicht in Zug wegen dem EVZ. Es ist Stier. Tschüss.